Hallo und herzlich willkommen zurück zu Haven. Wir sind beim letzten mal hier stehen geblieben und wir sollen jetzt ja glaube ich noch nach Teilen für das Schiff suchen, wenn ich mich recht entfinde. Und da oben auf jeden Fall ist ein Gebäude. Da will ich auf jeden Fall mit euch hin. Ich hoffe, dass jetzt hier wieder alles läuft. Auch alles flüssig. Jetzt sieht es danach aus. Ja, da hinten haben wir beim letzten mal noch was neues Essbares gefunden, was ich sehr gut finde. Hier haben wir noch ein paar Bobanüsse. Hier glaube ich noch Rasse Pfeffer. Ja, diesen Text hatten wir eigentlich gestern auch schon mal. Wir haben nämlich zuletzt aufgenommen, gestern Nacht. Nachdem ich Herr der Ringe beendet habe. Und eigentlich wollt ihr noch Tinker beenden, aber das mache ich dann wahrscheinlich morgen oder Montag. Tone. Tone. Okay, sorry to say it. Well, there's no doubt about it now. Source was clearly colonized. Look at these. They don't look like research outposts. These are clearly dwellings. Huh. I don't understand. Why would Exynova lie in their file? That's what bothers you? There are tons of reasons people lie. I think the question you should ask is, how was the apiary able to colonize an entire planet without anyone noticing? Where did the people go? What does that mean for us? I would like to think it's good news. Really? I don't understand what happened here, but if Source had indeed been colonized, then abandoned, that dramatically increases our chances of finding something to repair the nest with. That's what you call good news? No small victory. Okay. I'm not sure once had an instant life, so that was a good joke. Okay. Okay. Your junkie is good now. I'm gonna try your junkie isn't mad somewhere. Then you get your junkie isn't exposed. I'm not sure if you're doing business. That's a good joke. Nicht? Hier oben würde es weitergehen. Da kann man aber noch nicht hin. Hier ist schon alles abgekucht. Nichts weiter. Hier leuchtet etwas. Ja, aber auch nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich hier als erstes gucken soll. Hier kann ich auch nichts tun. Also alles nur einzelne Dialoge, die abgespielt werden bei diesen Freunden. Aber cool sieht es denn noch aus. Ja, ja. Leute. Da hinten waren wir auch. Hier waren wir auch. Hier glaube ich noch. Hier ist jetzt nichts so bekanntes. Okay, dann geht es da hinten wohl direkt weiter. Guck mal. Guck da nicht. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Oh, und hier gibt es auch wieder Rost. Da ist das nächste Tor. Da kommen wir dann irgendwie zurück. Und hier müssen wir dann irgendwo nach der hinten. Guck mal. Guck mal. Wir haben Erstschlag. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. So, jetzt haben wir uns auf den anderen Käfer der Meins bemerkt. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ah, hier oben ist wieder so ein Regenerationspunkt, wo wir zur Pause machen können. Oh, Inselschlungesäuber? Echt? So. Da hab ich auch wieder was gesehen. So. Achso. Ja, das hatten wir beim letzten Mal. Okay, dann hab ich auf der einen Insel vergessen, die End zu sammeln. Ja, kann passieren. Die haben ja hier jetzt welche gefunden. Von da oben, wo der von dahin nicht nahm war. Ähm, wie gut sind wir denn gerade noch aufgestellt? 180. Das passt doch. Dann gucken wir erstmal hier weiter. Wir wollen ja auf Vorrand kommen. Hey, I know this place. Tschüss. Ähm. Achso. Ach, von hier kamen wir dann. Das war dann der falsche Ort. Ne. Äh, wo müssen wir dann? So. Ah. Bin ich verwirrt. Bin ich verwirrt. Nach Bindami müssen wir auf jeden Fall. Hier sind wir dann auf jeden Fall falsch. Okay. Auch gut. Jetzt wissen wir, dass wir hier falsch sind. Hier gibt's ja noch einen. Aber von hier kamen wir, glaube ich. Hier kamen wir. Ne. Hier müssten wir hin. Wir haben keine Ahnung, warum die Drakka diese Location in ihrer Erinnerung hat. Ich gehe jetzt auf jeden Fall falsch runter. Ich fahre lieber mal hier rein. Ja. Ja. Du fühlst dich dasärke? Ja. Ich liebe das noch nicht. Okay. Wenn wir jetzt hier runter gehen, kommen wir hier nicht mal hoch, oder? Doch, hier. So können wir wieder hochkommen. Ne? Natürlich. Doch, hier kommen wir wieder hoch. Dann bin ich beruhigt. Ich lasse es, wenn ich keinen Weg zurück habe. Ah, aber wir brauchen leider den ganzen Rost. Wir wollen ja das Nest reparieren. Ah, guck. Hier ist aber auch eine Menge. Da hinten ist noch was. Und auch ein Tierchen. Wow. Die eigentlich immer ziehen, wo sie den Schaden abschreit. Hey, that's cheating. Chill. Go, go, booyah! We'll do it again. We'll do it again. Bam! Your turn. You! Huh! Meet my boyfriend. Dodge this one. This one's ready. I'm on it. Done and done. One to go. This one's tough. We need to weaken them first. Das ist aber mies. So schief, dass keiner wollte. Fuck you. Toriko, so heißt es. Toriko. Ey! Jetzt aber. Jetzt ist es fertig. Dann würde ich auch. Wir fliegen hoch hinaus. Sehr schön. Ich gehe noch einmal hier rüber. Ich gehe noch einmal hier rüber. Ich gehe auch irgendwie hin. Okay. Da hoch komme ich aber nicht. Okay. Okay, ist schade. Ich würde jetzt gerne hochbekommen. Ich zerquatsche die schon nicht. Alles gut. So, von hier hinten kommen wir ja, glaube ich. Ich glaube noch. Jetzt werden wir noch zu dieser Helikop. Da gehe ich auch wieder mal hin. Ich will jetzt mal gucken. Dann noch aus. Gut, denn hier ist auch wieder eine Menge. Okay, da sind wir wieder hier drauf. Helikopts. Probernüsse. Und mal ein Gebäude, in das wir rein können. Wow. I was wondering if we'd ever find one. What is it? A drone charging station. For those that aren't built to harvest their own flow. Just like our old Jacker buddy. That would explain why its location was still in its memory. You mean to tell me that this is some sort of flow pump? No. I mean that's exactly what it is. That's awesome. Do you think it still works? Let's see. What's the matter? It says System Malfunction Error Log Scent. Scent as in... I don't know, Kay. Scent. Uh. Did we tattle on ourselves just now? If the apiary is receiving a message coming from source, they're gonna know it's us. Hold on. Can this thing really beam a signal all the way to the apiary? We're millions of lumsack away from the closest planet. Yeah. Yeah. Yeah, 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 that's true. I'm probably overreacting. Until we figure it out, we probably shouldn't stay near this thing. Okay. Sonst irgendwas, was wir hier brauchen können? Sonst irgendwas nicht. Dieses Gleiten wird man echt so froh, selber zu gehen. Okay. Äh, wir sind hier aber noch nicht fertig. Lange nicht. Erst die Insel säubern. Weil bevor die Insel nicht gesäubert ist, verlasse ich sie nicht. Okay. Dann gehen wir hier. I know that it's good for nothing now. And we have a nest that needs repairs. Alright then, let's go. Eh? Go where? Well, to the nest. Aren't we taking the hood? Eh, yeah. Yes. Let's go. Ach, k***. U, wie Filina jetzt automatisch? Let me know if I can help. Oh, okay. Gut. Ich wusste jetzt nicht, dass wir automatisch hier hinfliegen. Oh, Pärchen. Who's a good oink? Who's daddy's oink? Who's that? Oh, you are. Yes, you are. Oh Gott, okay. Ähm, gut. Ich würde jetzt sagen, ich beende hier erstmal kurz den Part. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten hier wieder. Ja. Und dann werden wir das nächste Mal reparieren. Noch mal dazu da einen Insel zurück. Wenn das möglich ist. Denn ich möchte da die letzten Teile für kriegen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.